Erwachsene, aufgepasst! Es ist Zeit für Kinderbewusstsein, damit wir Kinder nicht verloren gehen. Den Finger in die Steckdose gesteckt, Spülmittel ausgetrunken oder den Kopf an einer Kante gestoßen. In einer Wohnung befinden sich tausend Gefahren für kleine Kinder und jährlich passieren viele lebensgefährliche Unfälle. Besonders Spülmaschinentabs oder auch Medikamente sind aufgrund ihrer Form und Farbe interessant und werden schnell in den Mund genommen. Begeben Sie sich als Erwachsener doch einmal auf die Ebene eines Kindes. Krabbeln Sie durch die Wohnung und schauen Sie, an welchen Ecken Sie sich stoßen könnten und an welche giftige Mittel Sie herankommen. Kinderbewusstsein heißt, die Wohnung aus den Augen der Kinder zu sehen und sie so kindersicher wie möglich zu machen. Wer Kinder ernst nehmen will, muss seinen Blickwinkel verändern. Haben Sie den Weitblick? Wir machen uns stark für mehr Kinderbewusstsein. Hören Sie genau hin! Kinderbewusstsein Kinderbewusstsein Kinderbewusstsein